Und somit willkommen zurück zu Skyboards World! Beim letzten mal haben wir Hinweise auf Zip erlangt, haben wir es am gefundenen und sind jetzt hier sogar drauf. Mal schauen was uns hier erwarten wird. In dem Fall müssen wir nicht dagegen laufen. Machen wir so eine Kugel wahrscheinlich. Erstmal ins Schiff hinein. Also das ist jetzt der Dungeon sozusagen. Wir können hier uns erstmal aufladen. Herz, herzlichen Dank. Auch überall Sand. Wow. Schmetterling? Ah, hier können wir spielen. Warte, oder? Ach, hier gibt es eine Wand. Okay. Hier ist gerade nichts. Ach du Scheiße. Erdgeschoss. Erste, zweite, dritte Untergeschoss. Ernsthaft? Wow. So groß ist das Schiff? Okay, dann gehen wir hier entlang. Tür öffne dich. Tür öffne dich. Okay, da ist alles zu. Einmal diese Dinge, Alter. Ja. Kann man hier rein? Ne. Ist alles zu. Wow. Jetzt gibt es nur erstmal einen, wie es aussieht. Und dann müssen wir nochmal weiter runter. Ui. Okay. Alter. Hier los, Alter. Hier los. Hier los. Hier les auch. Hier, woe. Hier los. Hier los. Hier los. Hier los. Ja, einer noch hier, ne? Genau. Hm. Denokibeta. Dieses Kostruktur ist fest verriegelt. Ich schätze, dass sich hinter ihm etwas Wichtiges verbirgt. Er sieht aus wie die Boss-Tür immer. Mit den Schlüsseln. Oh, wir kommen hier nichts mehr lang. Wir laufen hier immer weiter, weiter. Überall sind Türen, die verschlossen sind. Jetzt muss ich hier gleich rein, Volker. Okay. Also scheiß Ding, Alter. Nein, nicht so. Darüber darfst du mir. Aha, okay. Hier ist irgendwas runter. Aha. Mehr nicht. Okay, jetzt nochmal drei Weitere. Und hier sind ja auch die ganze Crew. Die ganze Crew. Okay, jetzt wissen wir aber nicht, welche Reihenfolge. Wart mal, wie ist das denn da? Die rote Dinger sind oben. Zwei. Drei, vier. Okay, das ist dann die Reihenfolge. Hier ist eins. Als erstes unten. Dann oben. Ja, der ist oben. Unten, oben. Unten, rechts. Nein, nicht so. Das war falsch. Also immer unten, oben, unten, rechts. Okay. Das war ja kein Problem hier. Uh. Eine Tour. Da muss wahrscheinlich ein Schlüssel gefunden sein. Yay. Wir sind jetzt hier. Hab ich hier nicht gerade Schlüssel gesehen? Achso. Es war dieser, okay. Okay. Ich glaube, außerhalb des Schiffes war ein Schloss. Hier ist überall zu, oder? Geht so. Nein, nochmal zurück. Oh Gott. Erst mal auffüllen. Nee, wir müssen wieder zurück. Ganz komisch, ey. Erst ganz runter für einen Schlüssel. Jetzt wieder zurück. Hier war der Schlüssel, genau. Okay. Ganz komisch, irgendwie so. Ja, jetzt mehr oben. Das war keine gute Idee da lang. Ei. Neu ist uns der Käpt'n? Ja, komm her. Ja, da muss ich gleich runter schützen. Da rein schätzen, Mann. Ah, kein Wohlen, geh jetzt weg, Alter. Okay, jetzt schlägt er schon öfter. Aua. Nein. Das ist verbrochen. Ja, genau. Ich dachte, du sagst, das ist richtig nicht. Ach, was ist ein Fake ist das denn, Alter? Übertreib mal nicht, ey. Ach, deswegen gibt's ja auch nicht zum Aufladen, Alter. Aber jetzt habe ich keinen Schild mehr, Alter. Okay, abbrechen geht's nicht. Ich bin jetzt ausreichend noch. Das ist jetzt immer die erste Pause, das ist doch ganz einfach. Ich finde die zweite Pause. Okay, okay. Mach, mach. Ja, komm, komm, komm. Ja, komm, komm, komm. Ja, Mann, danke. Warum nicht gleich so? Okay, jetzt wollen wir noch die dritte Phase. Daneben. Nein, der macht auch viel. Ausreichend. Ja, okay. Das war's jetzt, ey. Meine Güte. Ja, ich bin ja wohl. Deshalb glaube ich nur noch die Truhe, ne? Ich will ein neues Items. Und dann sind wir alles. Ich will dir nicht mehr zu sehen. Ihr seid nicht mehr. Ja, ich bin nicht mehr zu sehen. Das ist heute so. Und dann habe ich zu Hause. Und dann habe ich nur nachdem. Ich bin nicht mehr zu sehen. So, was bekommen wir denn jetzt hier? Du hast den Holzbogen, Alter, mit dem kannst du von Weitem mit hoher Angriffskraft Pfeile auf dein Ziel feiern. Ach, genial, Alter. Pfeilenbogen, Alter, ja. Genau. Geh wieder, hilf dir etwas zu deinem neuen Item, den Bogen zu sagen. Mit ihm kannst du weit entfernte Ziele treffen und großen Schaden anrichten. Drücke es bitte, um den Bogen zu ziehen, wenn du diese Bedingung brauchst. Okay, ja. Deswegen kannst du mit einem Pfeil weit entfernte Mechanismen aktivieren, wenn du sie triffst. Da wird gleich gezeigt, was wir schon treffen müssen. Habe ich auf dem Deck entdeckt, ja. Allerdings glaube ich nicht, dass du ihn von hier aus trefft hast. Warte dir jetzt zurück ans Deck zu gehen. Ja, wie genial, Alter. Pfeilenbogen. Ich danke euch. So, das heißt, wir gehen hier raus. Und können das Ding da abschließen. Aha, ein Stein. Der Zeit. Oh, komm. Komm. So, das ist ein Stein. Ich empfehle ihn zu aktivieren. Ja. Es ist logisch, dass wir ihn aktivieren müssen. Sonst geht es nicht weiter. Ja. Ja. Ja, was war da? Wo bin? Ihr seid zu schwach, Leute. Ja, was war da? Wo bin? Ja. Kann ich ja auch. Du hast einen verschossenen Fall gefunden. Cool. Na, oben war glaube ich noch einer. Na, das geht dann wieder runter. Okay, da könnte man runter. Will ich das? Okay. Hier geht es nicht rein. Da geht es auf jeden Fall noch raus. Nach unten. Okay, interessant. Wir gehen wieder hoch. Was ist denn so? Ich habe noch ein Schlüsselbromelar. Wahrscheinlich. Ich habe fast nur mit einem Schlüsselbromelar. Beide? Hier geht es ja echt nicht weiter jetzt. Ich brauche einen Schlüssel. Aber wir können ja ins Ship rein. Da hat es zu. Da oben doch einer. Noch irgendwo? Da oben auch. Okay, das war nicht so eine Ruhe. Aber wir können jetzt hier hochklettern. Okay. So, dann. Da geht es nicht weiter. Da oben. Nein. Nein. gar nicht so, oh ist der dumm ach Link ey, kann doch nicht mal oben bleiben da ist noch ein alter Kopfschuss ok, das kommt jetzt runter dann können wir nach hoch greifen ja man, geil gemacht so, dann das gleiche auf der Seite nochmal Moment, erstmal den weg ok, dann gehts noch weiter nach oben ah, wir können den Kristall wieder aufmachen ja, sehr schön, dann können wir wieder hin und her reisen warte, das hast du toll gemacht schön, dass mein Schiff wieder ganz so aussieht wie früher jetzt musst du mir helfen, meine Jungs zu retten in der Galeone gibt es einen Kerker, in dem sie festgehalten werden aha ja zweite Unterrichtung ich habe Angst ich warte im Boot auf dich du schaffst das ja, das werde ich auf jeden Fall ok, da ist nichts aber hier können wir noch rüber da gehts rüber? reicht doch nicht ok, dann können wir jetzt auch, ne ok, dann können wir einfach runter ja Schmetterling, yay wieder eine wandelte könnte man sich jetzt herzen noch rausholen ok, in die Truhe was könnte drin sein? Schlüssel, ne? ein Herzteil cool das freut mich noch mehr ok, da gehts nicht mehr runter wir müssen jetzt wieder einmal hoch auch hier erst auch hier erst hopp 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 sehr gut versteckt muss sein wer erkundet, bekommt eine Belohnung das ist gut so, dann machen wir aber beim nächsten Mal weiter da können wir nämlich jetzt mal rein und da ist eine Vogelstruktur können wir direkt abspeichern und das nächste Mal gehts hier dann auch schon weiter so, daher bedanke ich mich herzlich dass ihr zugeschaut habt und sage nur noch ich bin euer Barty bleibt fit im Schritt und ciao